Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Und hier seht ihr gerade mein Bonner Speed Dart von meinem neuen Bonner. Ja, das habe ich einfach mal gemacht so. Okay, erstmal Spotify. Why not, ne? Und was ich zu diesem Video noch sagen wollte, also ich hatte auch inzwischen eins noch für iCreate gemacht. Und zwar, ich mache gratis Banner. Also auch Profilbilder und auch YouTube Thumbnails oder was auch immer halt. Das sind halt gerade die drei Hauptsachen, die ich mache. Und um einen Banner, Thumbnail oder ein Profilbild zu bekommen, müsst ihr einfach nur den ersten Link in der Überschreibung drücken. Werdet ihr zu einem Google Formular geleitet. Da müsst ihr halt alles abschicken. Am besten über Skype, weil das halt am besten ist das so. Und ihr müsst mir dann halt nur euren Ingame-Namen schreiben. Das, was ihr haben wollt. Und dann werde ich es am nächsten Tag oder vielleicht noch am selben Tag dann noch einfach machen. Also... Ja... Das ist eigentlich schon, was ich sagen wollte. Und zwar, ich habe heute jetzt meinen eigenen... Ich nenne das mal Banner-Shop. Halt... Mein eigenen Shop, so gesagt, der einfach gratis ist. Ja, und... Ist schon angenehm. Und... Ja... Das war es auch schon wieder. Also... Ciao, Leute! Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Dann... Ciao, Leute! Dann... Dann... Dann...